Paulus, Abel und Varnas sprachen frei und öffentlichen. Euch wusste zuerst, dass wir Gottes gepredigt werden. Nun ihr erst aber vor euch stoßet und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn also hat uns der Herr geboten. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn wir den Namen das Heiden. Denn wir dann rufen, denn wir so selig werden. Denn wir den Namen das Heiden. Denn siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. So wenden wir uns zu den Heiden. Denn siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Vielen Dank.